Die Familien sind die Zukunft unserer Heimat. Als mehrfacher Familienvater weiß ich aus erster Hand, mit welchen Herausforderungen die Südtiroler Familien konfrontiert sind. Wir setzen uns daher ein für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, höheres Kindergeld und die Lohnfortzahlung im Mutterschaftsurlaub. Verantwortung für Generationen zu tragen, heißt für uns auch, dass Kinderreichtum kein Luxus sein darf. Wir machen uns daher stark für die Senkung der Kita-Kosten und den Vorrang für einheimische Familien bei Kindergarten und Schulplätzen, damit wir unseren Kindern den besten Start ins eigene Leben ermöglichen können.